Also aus der Krone schmeißen wir drei, vier Leute raus, die werden wir observieren, zack, zack, zack. Der Hasselsteiner kriegt überhaupt nichts mehr, der schaut durch die Finger. Sie kriegt alle Aufträge, den Rest muss den ORF unter den Nage. Der Wolf, der Wolf, der Wolf, den werden wir observieren, wir Indianer auf dem Matapfahl. Und dann werden wir ihn skalpieren. So, haben Sie ja nicht ein geheimes Killerkommando? Da, da. Ja, hat sie. Da soll sich alle abknallen. Zack, zack, zack. Aber wir müssen immer rechtskonform bleiben, legal, und es muss zu unserem Programm passen. Da. Ja.